Dieses Mal führt unsere Immobilie der Woche ins Salzkammergut, genauer gesagt in die Ortschaft Taublitz. Unsere Dreharbeiten wurden leider von einem Wetterumschwung überrascht, womit man die wunderschöne Aussicht und die sonnige Lage an diesem Tag nur erahnen kann. Zum Kauf angeboten ist ein wunderschönes Einfamilienwohnhaus in einer sehr schönen, ruhigen und im Normalfall sonnigen Aussichtslage auf 900 Meter Seehöhe, mit herrlichem Blick auf den Hausberg, den Krimi. Das Grundstück ist 632 Quadratmeter groß und bietet rund ums Haus eine schöne Gartenfläche. Im Erdgeschoss mit der Diele Einem Garderobenzimmer, WC, einer äußerst schönen Designerküche Dem Esszimmer Wohnzimmer und einem lichtdurchfluteten Wintergarten Das Obergeschoss bietet wiederum eine Diele, ein WC, ein großes Badezimmer mit Dusche Und zwei Zimmer mit Balkon im Obergeschoss Sowie einer großzügigen Sonnenterrasse im Erdgeschoss, jeweils mit Blick auf den Krimi Dazu eine Vollunterkellerung mit einem selbst ausgebauten kleinen Wohnbereich zur Eigennutzung Für Kfz stehen eine Garage mit Werkstätte und zwei Carportplätze zur Verfügung Eine Gartenhütte für Gartengeräte und ein großzügiger Grillplatz mit gemauertem Griller runden dieses Angebot ab Die Lage ist wunderschön und ideal So erreichen Sie zum Beispiel die Grimmingtherme in 5 Autominuten und die Taublitzalm Liftanlagen in 10 Gmin Zumal sich die Immobilie insgesamt in einem Top-Zustand präsentiert, ist Wohlfühlen hier fast schon garantiert Dem neuen Eigentümer bleiben wohl nicht viele Wünsche unerfüllt Wenn Sie Fragen haben oder eine Besichtigung machen möchten, dann rufen Sie bitte einfach an oder schreiben uns eine E-Mail Und nun unsere Kurzimmobilien der aktuellen Woche Unser Objekt 1 Ein entzückendes Haus in ruhiger Lage in Bruckern Mit ca. 100 Quadratmeter Wohnfläche bzw. 576 Quadratmeter Grund Teil unterkellert und Teil möbliert Bei Bedarf sollte ein Zubau möglich sein Der Kaufpreis auf Anfrage Und unser Objekt 2 Ein Gusto-Stückel Eine wunderschöne und hochwertige 3-Zimmer-Wohnung in Gröbming Mit ca. 76 Quadratmeter Wohnfläche und einem schönen Gartenanteil Zweitwohnsitzfähig Baujahr 2016 Zentral und ruhig Ideal auch als Ferienwohnung Der Kaufpreis jetzt reduziert auf 199.900 Euro Und schließlich unser Objekt 3 Eine großzügige 4-Zimmer-Eigentumswohnung in Bestlage in Tregelwang Mit 86 Quadratmeter Wohnfläche im ersten Stock gelegen Lodger mit 10 Quadratmeter Eigener Kfz-Abstellplatz und Zusatzofen Die Übergabe erfolgt voll möbliert Der Kaufpreis 99.000 Euro Die Übergabe erfolgt voll Die Übergabe erfolgt voll Die Übergabe erfolgt voll